Europa Universalis 4 Weil bis jetzt haben wir ja immer alle Bündnisangebote und sowas übergelassen Wir müssen aber mal drüber nachdenken Ob wir da in Zukunft nicht vielleicht Föderationsbeitritt will ich jetzt nicht machen Bündnisangebot von Miknaquis Miknaquis Oder wie heißen die Und Einladung Zu den Abenakisch Abenakisch Und das andere ist Dann müssen wir mal gerade gucken Wie weit die untereinander sind Pekotisch Und Minakisch Und Pekotisch In einer Föderation Und wie sieht denn das so Also wirfenstelle mit Abenakisch Das ist Abenakisch 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 hat Keine Freunde Die haben nur Feinde Und die beiden Waffenstelle Abenakisch Bündnis mit Pekotisch Die sind das hier Und ne Ich glaube wir sollten Bündnis mit denen anstreben Ach jetzt habe ich das auch noch weggedrückt Ich hält Pekotisch Vielleicht sollten wir dieses erst mal akzeptieren Und das heißt Ihr werdet schon bald an die Föderation angeschlossen werden Gut Was machen wir da jetzt Figurtisch Okay Das war ein neuer Föderationsführer Ein schlechtes Meinung Ausgeworfen Okay Das wird dann auch bald passieren Abenakisch Die sind ein Land dazwischen Die werden sowieso nichts machen Und jetzt kommt das hier noch drauf an Achso Die sind sogar in einer Föderation mit den anderen Und auch noch Verbündete von den Pekotisch Also gar nicht mal so schlecht für uns Mannstärke Und das erhält eine Grundsteuer Äh Grundsteuer machen wir definitiv Wir müssen nur gucken Dass wir Wenn wir hier Diesen Schritt gehen wollen Hier unten Da müssen wir was tun Okay Hier Das sind wir Ne Doch 57 51 Wir sind dann Mit einem größten Einfluss Interessant Gut Was sagt uns das denn hier Kikotisch Okay Keine möglichen Regalen Okay Und der Verlustmogesen Gut Das läuft aber in dem Sinne Wir müssen gucken Dass wir hier weiterkommen 743 Haben wir da schon mal Und 518 da Okay das fällt Äh fällt Das steigt Gut hoch Dass wir da Das fertig kriegen So was wir aber machen müssen Wenn wir hier Diesen Schritt Verwestlichen Machen wollen Dann werden hier Aufstände passieren Dann müssen wir Gucken dass wir Finanziell gut dastehen Und Unsere Armee In Dingens ist Wir beklagen was Genau Ja den müssen wir dann vielleicht auch mal kurzfristig entlassen Um dann im Endeffekt Sag schon Was ist das Also wir können was bauen Ne das können wir momentan nicht tun Da ist keiner von uns bei Gut Dass wir finanziell uns erstmal stärken Weil notfalls Ich weiß gar nicht ob was können Aber wir können mal gucken ob was können Das war hier nicht da unten Ob wir Sölden anheuern können Das geht auch Die brauchen wir vielleicht dann Notamerikanische Reiter Hört sich eigentlich richtig gut an Gut Okay Da haben wir wieder was geschafft Was können wir denn hier bauen Diplomatische Geschicke Truppenlimit plus 10 Mildball Landwirtschaftssystem Lokale Zutatenzahl Lokale Produktionseffizienz Vorlevel Erdball Okay Sehr gut Die stehen jetzt auf eigenen Beinen Das heißt wir können uns finanziell jetzt auch wieder ein bisschen voran bewegen Automatisch gespeichert Was steht hier im Hintergrund Häuft Geld an Wir haben die Mission erfüllt 10 Dingens Prestige dazu Super Stabilität steigern Ja ich denke die Stabilität können wir auf 3 setzen Das macht Sinn Gut Dann haben wir jetzt kein neues Ziel Schutzfuro Gründet eine Allianz mit Miknakisch Machen wir mal ne oder Das ist mal noch diese hier ne Das werden wir auch tun dann Gut Eine Idee können wir investieren Okay Machen wir auch Gut Mit Feuer Das werden wir mal machen Das ist gut gewesen Wir haben die Stabilität einmal verloren Okay Halb so wild Aber hatten wir jetzt mit dem Geld noch nicht weiter gemacht Ach das müssen wir noch machen Das geht hier definitiv Und das geht dort auch Und wir haben noch genug über So Jetzt werden unsere Truppen auch wieder aufgefüllt Und die Moral steigt Das ist ganz wichtig So und dann müssen wir mal gerade gucken Ob wir nicht noch Truppen Ein Bündnisangriff von Miknakisch Das müssen wir dann annehmen Aufgabe dann erfüllt Ne Okay Schutzfuro Ja Das müssen wir machen Die haben 28 Armeen Okay Das wird schwierig dann Okay Verfügung Theologe Und das wird schwierig Ich kann nicht 28 Das schaffe ich gar nicht Im Unterhalt sind die ja viel zu teuer Oder Limit ist 20 Nee Das machen wir erstmal nicht Inflation ist 1 Handelseinfluss geht weg Das untere wäre Wir erhalten Inflation Wie sieht es denn mit der Inflation aus 0,5 Dann können wir das untere annähern Ist halt so wild Da tut sich nur nix Jetzt müssten wir mal Truppen machen Ne Das hat man gesagt So 20 können wir Dann fehlten uns Wenn 6 Ich glaube die Kosten Überall gleich Ja Die Tage sind auch überall gleich So gut Ich hoffe die können wir auch finanzieren Dann nehme ich das nächste dann Gut läuft Ähm Alter 2 kommen wir Merkantilismus Halt nur Karten Ja Das ist so ne Sache Da verlieren wir das Kriegen wir Geld Aber Ich weiß nicht Ich nehme das So Da sind schon Truppen fertig 2, 4, 5, 6 Die kommen da hin Ziehen wir zusammen Und machen dann eine Einheit daraus Ne Denke ich mal macht Sinn Oder Gut Haben wir eine große Armee jetzt 20 Die würde ich mal sagen Stationieren wir da Als Die Möglichkeit überall hinzuziehen Achso Da passt noch was nicht So Jetzt passt es Auf jeden Fall Gut Was war unser Ziel jetzt Ach Hatten wir schon Wir sind verbindet mit denen Ne Wir sind mit uns Verbindet Wir sind nicht mit uns Verbindet Haben aber eine Föderation mit uns Und was ist denn wenn wir da Bündnis angehen Können den Bündnis anbieten Dafür brauchen wir aber einen Diplomaten Und der ist zur Zeit glaube ich da unterwegs Beziehungsverbesserung stoppen Und dann gehen wir hier hin und Bieten da das Bündnis dann an Bist du gleich wieder da Und 37 Tage braucht er Na ja dann Ist er in England gewesen oder was Ein bedeutender Mann ist gestorben Aber nicht bei uns So Jetzt hier nochmal hin Können wir es anbieten Sinn Perfekt So wer ist noch in der Föderation Sind die Na das war jetzt glaube ich nicht richtig Oder Oder doch Ich weiß es nicht So Verbindet mit Cherokee Krieg und Pekotisch Verbindet mit Irokesem Mikranisch und Pekotisch Okay Bündnis anbieten Ja So dann haben wir Die drei Nachbarn Verbindet Und was kann man dann da noch machen Die haben uns Wir sind mit den Bündnis eingegangen Und die haben uns jetzt beleidigt Auch nicht oder Wir haben noch gute Beziehungen mit denen eigentlich Komisch Ist jetzt nicht wichtig So Abtrünniger Sohn Nationale Unruhe minus ein Modellveränderung der Autonomie Plus 0,05 Oh das ist hier wieder so eine schwere Entscheidung Oh das ist hier wieder so ein Modellveränderung der Autonomie Und das ist hier wieder so ein Modellveränderung der Autonomie Der Sohn bleibt Der Sohn bleibt er soll es besser wissen Oder Armatrupps müssen flexibel sein Die Abspaltung sollte erlaubt werden Monatliche Änderung der Autonomie 0,05 Wo ist das Ländlein denn überhaupt Kaiyuga Das ist hier Das ist hier Das ist hier 0,0 0,0 Ich denke wir machen das untere Hat sich denn da jetzt was geändert Ich glaube nicht oder Naja Der ist immer noch da Und wir häufen noch weiter Geld an Sind wir da schon Kolonisten? Nein Das können wir aber noch gerade machen Und den Kolonisten da natürlich rein sind Damit das schneller geht Inländischer Handelseinfluss Minus 33% Okay dann sollen die Händler gehen Das sieht doch hier ganz gut aus So Wir könnten jetzt eigentlich das machen Oder? Ne Ah ich weiß warum Wir müssen hier noch eine Kernprovinz raus machen Dann klappt es auch mit dem Nachbarn Stehen da Die Engländer wollen dieses Land haben Die sind nicht ganz normal oder? Oh da sind sie schon Ja das wird mit den Engländern noch was werden dann Müssen wir mal gucken was da so los ist Sieht man da was? Ne Und wir sind Gleich einer, einer weniger Ist der gestorben? Nein Produktionseffizienz So Ist da was Neues? 25 Armeen müssten wir da haben Das wären 5 über den Schnitt Und der Trupp spaltet sich ab Mhm Okay Die Einstabilität Grundsteuer Erhalte eine Grundsteuer In anderen Ländern Okay Das wäre sogar ein Gewinn von der Grundsteuer her Stabilität hätten wir da nicht mit 2 Sondern 1 Und die Befehlungeneffekt hat uns in der Umrundenlinie Plus 1 Ich nehme das untere Wir müssen das zusammenhalten Und das sind nur 5 Truppen Haben wir gerade gesagt Oder? Und Dann würde ich sagen Machen wir das Okay Und das ist jetzt unser Land So Ne Das wollte ich gar nicht Die wollte jetzt hier hin Und Ah Ne Lass uns nur mal gerade erst hier reingucken 20 von 20 Ist jetzt aber egal Ich werde jetzt gerade 5 Truppen machen 3 4 5 Notfalls machen wir 6 Und dann sollten wir die Dinge jetzt erfüllt haben Oder? Oder? Wir brauchen wohl noch einen mehr Ne? Dann haben wir mehr Hier haben wir die Eurokäsen Äh Euronen Wo sind die Aufgaben da? Ne Schon erfüllt Okay Jetzt sind wir den auch noch los Und was möchte das jetzt hier alles? Überseh Kaufleute Ja Machen wir mal So Jetzt muss ich erstmal gucken Was hier unten steht Kolonie Selbst erhalten Sehr gut Und da gibt es noch einen Händler zu So Gute Regierungspolitik Gut Erhaltestabilität Hatten wir schon mal Und die nehme ich auch wieder Weil die eben sowieso schon Kurz vorm sinken wieder war Wie sieht es finanziell aus? Haben wir 4,13 Obwohl wir Zu viele Truppen haben Ne? Machen wir So Soldaten zahlen Mindestens 90% Das machen wir Ziehen wir auch wieder zusammen Okay Hat geklappt also Und Dann wird es das nächste Probieren wir aber auch Ja da müssen wir was unternehmen Damit der Handel nicht zusammenbricht Machen wir auch Auch mein Feuer hat geklappt Okay was haben wir denn hier Achso das Ding Ja Ist nicht wichtig Gut Da kann keiner von uns gestorben sein Wenn wir gar keinen haben So Sieht gut aus Denke ich mal momentan Wie schaut es jetzt aus Wir könnten jetzt hier Formieren Da müssen wir uns aber nochmal bei der nächsten Folge Gedanken drüber machen Für diese Folge soll es erstmal reichen Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen Und würde mich freuen Wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid Bis dann Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020